Bist du gerade in der heißen Phase deiner wissenschaftlichen Arbeit und musst nun deine Ergebnisse interpretieren und eine Diskussion schreiben? Keine Panik! Hier erfährst du in 5 Schritten alles, was du wissen musst, um eine außerordentlich gute Diskussion aus dem Hut zu zaubern und deine Ergebnisse auf wissenschaftlichem Niveau zu reflektieren. Und damit herzlich willkommen bei Shribe! Bevor wir loslegen, abonniere noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level heben können. Warum musst du überhaupt eine Diskussion schreiben? Wenn die Ergebnisse das Herz deiner wissenschaftlichen Arbeit sind, dann ist die Diskussion wohl die Lunge. Ohne sie würde deinen Erkenntnissen ganz einfach die Luft wegbleiben. Eine Diskussion zu schreiben ist absolut essentiell für jede Abschlussarbeit und auch für Hausarbeiten dringend zu empfehlen. Durch das Schreiben einer Diskussion verpasst du deiner Arbeit eine Eigenleistung. Insbesondere Arbeiten, die auf reiner Literaturarbeit basieren, sind von einer starken Diskussion abhängig. Die Bewertung deiner Arbeit basiert zu einem großen Teil darauf, wie du deine Ergebnisse bewertest, einordnest und reflektierst. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Es ist ultra wichtig. Und jetzt zeige ich dir, wie es geht. Während die Ergebnisse im Hauptteil deiner Arbeit völlig wertfrei und deskriptiv wiedergegeben werden, gilt es in der Diskussion, diese Ergebnisse zu bewerten. Dies kannst du mit Hilfe mehrerer Vorgehensweisen tun. Deine Ergebnisse interpretieren, sie in Bezug zu bestehender Literatur setzen und logisch schlussfolgern und eine eigenständige Beurteilung vornehmen. Wenn du alle drei dieser Schritte unternommen hast, ist deine Diskussion komplett. Ich werde auf jeden dieser Schritte im Einzelnen eingehen, doch zuvor brauchen wir noch eine weitere Sache. Und zwar eine Struktur. Genau wie bei allen anderen Kapiteln deiner wissenschaftlichen Arbeit, solltest du nicht blind drauf losschreiben, sondern einem Plan folgen. Schritt Nummer 1 Diskussion strukturieren Um eine Diskussion schreiben zu können, brauchst du eine klare Gliederung bzw. Struktur, nach der du vorgehst. Die Diskussion ist das vielleicht wichtigste Kapitel der gesamten Arbeit, also solltest du nichts dem Zufall überlassen. Der folgende Tipp ist für die Gliederung deiner Diskussion Gold wert. Wandle deine Forschungsfragen in Unterüberschriften um. In der Diskussion geht es in erster Linie darum, deine zuvor formulierten Forschungsfragen weitestgehend zu beantworten. Hast du nur eine Forschungsfrage, funktioniert es natürlich nicht ganz so gut, es sei denn, sie enthält mehrere Teilaspekte. Bei zwei Forschungsfragen ist diese Struktur jedoch super geeignet. Eine weitere Möglichkeit bei empirischen Arbeiten. Statt der Forschungsfragen kannst du hier auch die Hypothesen als Pfeiler deiner Diskussion verwenden. Nehmen wir mal an, deine Forschungsfragen lauten so. Erstens, wie können Augmented Reality Apps zur Prozessoptimierung im Logistikmanagement eingesetzt werden? Zweitens, welchen Einfluss hat die User Experience von AR-Apps auf die Technologieakzeptanz von Logistikfachkräften? Die Gliederung der Diskussion zu dieser Arbeit könnte nun folgendermaßen aussehen. Sechstens, Diskussion. 6.1. Prozessoptimierung im Logistikmanagement durch AR-Apps. Hier kannst du folgendes beantworten. Was bedeuten die Ergebnisse der Literaturrecherche? Welche Probleme oder Chancen ergeben sich durch diese neuartige Fragestellung? 6.2. Der Einfluss von User Experience Elementen auf die Technologieakzeptanz. Hier folgst du diesen Leitfragen. Was bedeuten die Ergebnisse der Experteninterviews oder der Umfrage und so weiter? Wie ordnen sich die Ergebnisse in die bestehende Literatur ein? Und hier unbedingt Quellen angeben. 6.3. Praktische Implikationen. Was bedeuten die Ergebnisse für die Praxis? Oder alternativ, für die Wissenschaft bzw. Theoriebildung. Der Umfang deiner Diskussion richtet sich nach der Länge deiner Arbeit. Für eine 15-seitige Hausarbeit sind 2 bis 3 Seiten angemessen. Eine 30-seitige Bachelorarbeit verlangt dementsprechend 5 bis 7 Seiten Diskussionen. Masterarbeiten mit 60 oder mehr Seiten dürfen ca. 10 bis 12 Seiten Diskussionen beinhalten. Schritt Nummer 2. Deine Ergebnisse interpretieren. Die einfachste aller Möglichkeiten ist es an dieser Stelle, den Ergebnisteil deiner Arbeit von vorne bis hinten durchzuscannen und jeweils mit deiner eigenen Beurteilung aufzuladen. Empirische Arbeiten. Wenn beispielsweise der Einfluss von Variable A auf Variable B signifikant ist, dann steht im Ergebnisteil nur, dass es so ist. Meistens in Form von Tabellen und mit einem begleitenden Text, der das Ganze in Worten beschreibt. In der Diskussion darfst du nun beurteilen, was es überhaupt bedeutet, dass ein signifikanter Effekt besteht. Das gleiche Prinzip gilt für alle anderen empirischen Arbeiten, auch qualitativer Natur. Literatur-Basierte Arbeiten. Hat dein Literature-Review ergeben, dass bestimmte Nischen des Themenfeldes nicht abgedeckt sind? Worauf fokussiert sich die Forschung, welche Aspekte vernachlässigt sie? Diskutiere auf inhaltlicher Ebene, was du herausgefunden hast. Reflektiere auf der Meta-Ebene, wie du das angestellt hast und was es im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen bedeutet. Schritt Nummer 3. Ergebnisse in Bezug zur Literatur setzen. Jetzt wird es spannend. Der nächste Schritt deiner Diskussion setzt deine Ergebnisse bzw. deren Interpretation in Relation zu bestehender Forschung. Die gute Nachricht ist, dass du diese ja bereits im Literature-Review aufgearbeitet hast. Das bedeutet, dass du hier keine neuen Quellen auftreiben musst. Auch hier ist wieder die einfachste Vorgehensweise das Abgleichen deines Literaturkapitels mit deinen Ergebnissen. Für eine Arbeit, die nur auf Literatur basiert, ist dieser Teil weniger wichtig, bei einer Abschlussarbeit mit anderweitiger Methode jedoch unverzichtbar. Stell dir dabei folgende Fragen. Was hat meine Arbeit anders gemacht, als in der Literatur bereits beschrieben? Was deckt sich mit den bisherigen Erkenntnissen aus der Literatur? Widersprechen meine Ergebnisse manchen Autoren? Wie können meine Ergebnisse die Literatur bereichern oder bestehende Arbeiten ergänzen? Verwendest du in deiner Arbeit einen theoretischen Hintergrund oder ein bestimmtes Modell, dann ist jetzt der Zeitpunkt, deine Ergebnisse darauf anzuwenden. Schritt Nummer 4 Implikationen diskutieren Wissenschaftliche Arbeiten, die einen Bezug zur Arbeitswelt haben, können optimal mit einem Unterkapitel versehen werden, das praktische Implikationen herausstellt. Damit ist gemeint, was die herausgearbeiteten Ergebnisse nun tatsächlich für die Welt da draußen bedeuten. Du kannst es in die Diskussion mit Eingliedern oder als eigenständiges Kapitel behandeln. In der BWL könnten das Empfehlungen für Managemententscheidungen sein. Im Gesundheitssektor könnten sich Folgen für die Gestaltung von Abläufen in Krankenhäusern ergeben. Medienwissenschaftler könnten sich Implikationen für die Medienproduktion oder Distribution überlegen. Maschinenbauer, Anwendungsszenarien für Industrieprojekte und so weiter. So ziemlich jede Disziplin kann einen Bezug zur Praxis herstellen. Schließlich gibt es für jeden Studiengang ja auch entsprechende Berufsfelder. Schritt Nummer 5 Eigene Beurteilung durch logisches Schlussfolgern Die Diskussion einer wissenschaftlichen Arbeit spiegelt deine Eigenleistung wider. Hast du deine Diskussion vernachlässigt, wird dein Gutachter behaupten, dass deine Arbeit zu deskriptiv sei. Diese Gefahr besteht besonders bei Arbeiten, die nur auf Literatur basieren. Um dem entgegenzuwirken, solltest du viel Zeit und Gehirnschmalz darin investieren, deine Diskussion zu schreiben. Der Stil einer Diskussion darf ein wenig von dem abweichen, was in deinem Literature Review vorherrscht. Bereits bekannte Literatur sollte regelmäßig als Bezugsquelle verwendet werden. Doch es muss nicht jeder Satz mit einer Quelle belegt sein, sondern du darfst deinen Gedanken auch mal etwas freien Lauf lassen. Das bedeutet nicht, dass du den wissenschaftlichen Schreibstil vernachlässigen sollst oder waghalsige Thesen aufstellst. Es ist noch immer wichtig, dass du nah an der Literatur bleibst, nur eben mit deinen eigenen Schlussfolgerungen. Eine Eigenschaft, mit der sich herausragende Arbeiten vom Durchschnitt abheben, ist die Fähigkeit der kritischen Reflexion. Betrachte die Literatur sowie deine eigenen Ergebnisse immer von allen Seiten, ohne dabei oberflächlich und unpräzise zu sein. Nimm eine klare Position ein und gieße deine Argumente in Beton. Hinterfrage alles und du wirst erkennen, was Studieren bedeutet. Deine Noten werden dich bestätigen. Das waren meine Tipps zum Schreiben einer druckreifen Diskussion. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und checke die Videobeschreibung für noch mehr kostenlose Inhalte rund um das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten. Jetzt aber viel Spaß beim Diskutieren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.